Moin Leute, weiter geht's mit der Legend of Zelda Wind Waker. Ich habe hier mal die Karte offen. Hier sind alle Positionen von, wie heißt es nochmal? Von den Tree Force Splitterkarten. Wir werden jetzt hier oben rechts mit dem Osten anfangen. Lassen wir drehen mal kurz den Wind. Danke schön. Dann haben wir hier einen kleinen Fahrtweg vor uns. Dann werden wir hier oben rechts. Dann beginne ich etwas mit dem Hang-Legang. Ich hoffe, dass ihr hier oben rechts könnt. Da vorne könnte es ja schon fast sein, wo wir hin müssen. Oder ist es die Insel da hinten dran? Aber die Insel da hinten dran sieht ein bisschen weiter im Süden aus. Hey, es regnet. Äh, sieht falsch aus. Und es ist doch die Insel im Hintergrund gewesen. Ah, es sieht mir fast aus, als ob wir den Hinterhaken durchschieben. Ohm. Ja, wir müssen hier mit dem Enterhaken spielen. Hey, ein blauer! Ui, da ist der blaue! Ah, guck mal, hier ist so ein Höhlen-Einkommen. Ist da oben noch irgendwas drauf? Na, dann gehen wir doch mal hier in die Höhle. Okay, das sieht ein bisschen salzamer aus. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Äh, 20 brauche ich nämlich davon. Den kann ich töten, da habe ich es geklaut. Den kann ich töten. Der hat auch nichts mehr verpasst. Ah, wie viel habe ich denn jetzt? 21. Das müsste eigentlich schon reichen. Ach, die Vögel. Was ist der nächste Vogel? Wo kommen wir da runter? Alles klar. Kann man zwei von... vier? Fünf? Hier drüben können wir noch rein? Ihr wollt Bomben? Die kriegt ihr auch gerne? Ka-bum. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Ach, ihr schon wieder. Komm, bleib hier. Ah, nächster Put. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Komm, im Nahkampf müssen die doch auch besiegbar sein. Warum müssen die immer so nah beisammen liegen? Okay, wir haben... Oh. Der Ritter. Ja, komm, einzeln ist mir am liebsten. Das war gar nicht gut. Oh. Komm. Eieieiei, mach dir einen Schaden. Okay. Und mit den Schwertern müssten wir eigentlich die Säulen kaputt machen können. Und da müssten sich noch ein paar Rubinen verstecken. Hoffe ich mal. Ah, hier geht doch. Gut. Heißt, hier wird man das Windlied brauchen. Machen wir die erste Trifos-Karte. Wir testen aber was? Die Säulen sind weg. Aber die Vasen sind wieder da. Ach. Die sind leer, schade. Pup-pup-pum. Oh, wo wäre jetzt die nächste Karte? Naja. Naja, na die Terry. Ich will die wahnsinnig üben. Sieh mich im Süden von uns. Gut. Dann... Wo ist denn mein Schiff? Wo ist denn mein Schiff? Aha. Da ist es auch. Können wir den Ostwind nutzen und von hier aus weiter nach... Osten... Westwind nach Osten segeln. Na, da lang müssen wir doch. gut da würde ich mal sagen beenden wir die erste folge von trifos farmerei und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wiedersehen